Ich möchte zuerst einmal die Händler und die User recht herzlich begrüßen und es freut mich, dass ich euch jetzt endlich mal mitteilen darf, dass wir ein neues Facelifting gemacht haben. Also es ist Landly Auto neu, in einem neuen Design erschienen. Die markanten Änderungen sieht man schon auf dem Portal selber. Es sind neue Farben verwendet worden, es ist übersichtlicher, es ist innovativer und es wird uns freuen, wenn das so gut bei euch herkommt, wie es bei uns inzwischen nach Kundenmeinungen, wo wir jetzt auch schon wissen, angekommen ist. Also ich hoffe, dass ihr demnächst zahlreich auf dem Portal erscheint. Bis jetzt habe ich eigentlich nur das neue Layout gesehen, was ansprechender ist als das vorgehende. Also mit dem neuen, mit dem Bild heraufstellen von dem Gebrauchtwagen, mit dem neuen Gebrauchtwagen, habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen, wie wir das machen. Ja, also vorher ist es eigentlich schon einfach gesehen, zum Eingang, zum Schauen, wie zum Auto, zum Fernsehen und jetzt, glaube ich, ist es genau ursprünglich, zum Fernsehen und es ist übersichtlich und ist, glaube ich, gut. Ja, was ich sehr positiv finde, dass man jetzt einen direkteren, schnelleren Zugriff hat. Das Ganze ist überblicklicher und eindeutig leichter zu bedienen. Und die ganze Geschichte ist auch jetzt, macht da richtig an und es macht da Spaß, dort etwas zu suchen und auch schnell zu finden. Veränderungen insofern, dass wir sehen, dass wesentlich mehr Leute diese Dings nützen. Und ja, das ist dann in Stückzahlen von den gebrauchten Autos, was wir verkaufen, ersichtlich dann. Und was ist genau das Besondere am Landlaut.at? Es ist einfacher, es ist schneller und die Plattform ist natürlich für Vorarlberg eine perfekte Geschichte, weil man wirklich den Markt in Vorarlberg damit fein abdecken kann und die Berater sehr engagiert sind und einen auch brutal unterstützen in der ganzen Situation, wieder Gebrauchte zu verkaufen. Es ist natürlich angenehm für den Gebrauchtwagenverkauf, vor allem so Standorte, wenn man jetzt in Lochauer ist, dass man das ganze Land irgendwie abdecken kann mit den Gebrauchtwagen, dass eben einfach jemand vom Oberland sieht, dass wir auch schöne Gebrauchtwagen haben. Ja, man sieht die neue Autos und gebrauchte Autos, man kann vom Preis nachschauen, gewisse Modelle, wahrscheinlich einfach, wenn man jetzt besonderes will, so fahren. Also es gefällt mir sehr gut. Die ganze Aufmachung ist für uns natürlich eine große Wertschätzung für die ganzen Kunden. Wir sehen, dass es ein großes Potenzial gibt, was sich informiert über das Internet und über das ganze Zeug. Und deshalb sind wir natürlich froh, dass wir so einen guten Partner haben, wo natürlich einfache Zusammenarbeit da ist. Schnelle Zusammenarbeit da ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Und wir sehen, wie viele eigentlich das anklicken und bei uns natürlich dementsprechend an Autos gekauft werden.